So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt haben wir die Typen da ausgeschaltet und wollen zur Stadt kämpfen, weil unser Auto, wie wir hier sehen, ein wenig im Arsch ist. Das Mädchen hat draußen irgendwas gefunden. Ich habe keine Munition mehr. Ich fange an zu weinen. Ich habe einen Backstein hier. Und noch einen Backstein. Und so weiter und so fort. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo das Mädchen... Ah, da ist doch was. Und jetzt? Schätzchen, willst du daneben durch oder was? Komm schon nicht weiter. Das ist doch ein Sack, also oder? Guck, hier ist gar nichts. Aber so ein Backstein. Also ich kann nicht den Backstein mehr sehen. Es muss einen besseren Ausweg geben. Natürlich gibt es irgendwo einen besseren Ausweg. Die Frage ist nur, wo und ob wir diesen finden. Ja, genau. Machen wir einfach mal eine Garage auf. Na los! Okay, jetzt versuche es, mit irgendwas aufzuhebeln. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Mädels, interessieren sie nur für irgendwelches Zeug. Wie hat die das jetzt geschafft? Merkzeichen. Was ist das? Sieht aus wie so eine Phosphorbombe. Ah, Rauchbombe, okay. Alles klar. Eine Schere. Hier. Meine Knarre. Die Tür war schon nicht auf. Alter. Da. Okay. Die sind dann mal schon etwas länger da. Nichts drin. Tschö. Bezeichnis der Fremden. Ich will jetzt gar nicht wissen, was die da genau angestellt haben. Hopp, Sporttasche auf. Ach, Mendo. Okay, dann gehen wir halt mal da rein. Bleibt uns hier nichts übrig. Das ist der einzige Ausgang. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Männliche Intuition. Keep out. Okay. Freundliches, fröhliches Zeichen. Und, äh, bringst du viele Unschuldige um? Hm. Okay. Das heißt dann wohl ja. Verstehe es wie du willst. Alles klar. Was haben wir denn da drin? Wir schlafen diese Typen wohl. Noch mehr explosives Zeug. Immer gut. Ja genau, läuft mal mit deinen Taschenlampen mehr ins Auge hier. Alter, hat die eine Taschenlampe-Uhe oder was? Sieht fast so aus. Oh, noch mehr von den Tabletten. Ein paar Lappen hier. Wo geht's denn da hin? Oh, da geht's an die frische Luft. Oh, mal. Bevor wir da hochgehen, würde ich sagen, schau mal kurz da rein. Haben wir da auch frische Luft? Naja, aber hier haben wir einen ganzen Pfeile. So. Gib mir die Pfeile. Okay, dann mal los. So, was können wir verbessern? Langwaffe wäre das viel cooler. Halter für eine zweite Langwaffe. Wie soll das gehen? Halfter für eine zweite Pistole. Das klingt da viel cooler, aber warte mal was. Oh, wir haben hier 124 Zahnrädchen. Das ist natürlich cool. Dann warf ich schneller abzufeuern. Schrotflinte. Nachladetempo. Definitiv hoch. Definitiv nach oben. Magazinkapazität. Hm. Und eine zweite Pistole wäre natürlich auch was cooles. Du kannst abgehen wie so ein... Zäppchen. So. Schussfolge, dass wir so schnelle Abdrücke können. So, alles klar. Ja, sieht gut aus. Haben wir jetzt zwei Knarren? Ah ja, dann kann man schneller wechseln. Das ist natürlich cool. Das ist echt cool. Okay, nehmen wir erstmal nur den Revolver, würde ich sagen. Oh, ich kann was herstellen. Oh, oh, ja. Tut mir leid, es wird jetzt heute eine. Do-it-yourself-Folge. Eine Rauchbombetur noch herstellen. Keine Ahnung, ob ich die irgendwann mal brauche. Eine Do-it-yourself-Folge. Lasst uns die ganze Sache zusammenbasteln. So. Nun ist es wieder hell. Jetzt gehen wir wieder hoch und schauen, was wir hier oben haben. Was haben wir hier? Nichts. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Cool. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe. Wie sie abgeht. Wie sie abflitzt hier. Und dann ist es so laut. Okay. Haben wir hier irgendjemanden? Hallo? 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 Sieht doch alles recht human aus, oder? Oder seht ihr irgendjemanden? Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Kommt die vorne nicht pfeifen. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Ah, da war mal jemand. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Das friedliche Militär wurde die Leute beruhigen möchte. Also getötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Oh, was tut er? Ellie, runter. Alter, scheiße. Drei? Drei Leute bisher. Okay, es scheinen nur drei zu sein. Na gut, was heißt drei? Drei ist immer noch drei zu viel. Danke. Ja, bleib doch mal ruhig hier. Kind. Scheiße, das Schlimm ist, die kann ich nicht. Die kann ich nicht spüren. Und vor allem, dass meine Zielgenauigkeit jetzt so gut wie... Da laufen sie lang. Jetzt bräuchte ich eine Schrotflinte. Das ist jetzt richtig optimal. Ach, verreckt, du Sau. Okay. Ach ja. Wow, Molotov. Molotov, Molotov. Kind. Kind. Wo bist du, Kind? Scheiße. Scheiße, wo ist das Mädel? Hallo? Du ehle Drecksau. Du ehle Drecksau. Dich hole ich mir. Erwischt. Potzack. Dreckischer Verschissener. So. Ah, wieder die Tür klingelt hier. Manche Leute verstehen es einfach nicht. Dass YouTuber auch mal aufnehmen müssen. Ja, genau. Mutter. Informiere mich und alle meine Zuschauer. Schreien darum. Ich glaube es einfach nicht. So. Ja, Mädel. Komm mal da hoch. Komm mal da hoch. Komm mal da hoch. Ja, cool. Eine Mauer. So. Wir haben keine Leiter hier. Ja, genau. Bind du dir erstmal die Schuhe. Genau so. Ja, bind einfach los. So, mein Kind. Wir müssen da irgendwie rüber. Würde ich sagen. Nehmen wir das Auto als Sprungbrett. Oh, oh. Wow. Das sieht ja richtig aus. So eine Festung hier. Ah, der hat Knollenbein. So. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Ja, genau. Wow. Wir schaffen das. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. You're dead before we... Starve? Starve? Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare. So. Hallo? Ich habe nichts gesehen, gehört. Ich habe nichts gesehen, gehört. Ich habe nichts gesehen, gehört. Ach, scheiße. Zwei sind es auf jeden Fall. Es sind über drei. Mal wieder. Wenn drei das Problem ist, ich habe einfach keine Schrotflinder mehr. Ich habe nur noch eine Winchester mit sieben Schussen. Jedes macht eins nachgelaufen. Das könnte ich höchstens verwenden, oder? Was war das? Boah. Eins zu null für mich. Sahne. So. Leute, hallo. Oh, scheiße. Kommt doch mal um die Ecke. Zwei zu null für mich. Zack. Zwei zu null für mich. Ja, noch ein Schuss, ne? Das ist natürlich Weltklasse, ne? Da muss jetzt sitzen, das Ding. Wo bist du? Hallo? Wohohohoho. Action. So. Der andere ist abgehauen, ne? Weiß jemand zu fisch, wo der hin ist? Baseball, okay. Da hat was gelegen. Was war's? Flasche, das will ich mit der Flasche. So, hier müsste ein Schützt. Hätten schleicht da wieder einer rum. Ich habe nämlich gesehen, dass da mehrere rumrennen. Was? 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 Hinter dir! Schon wieder? Ah, verdammte Kacke. Oh, klack. Wieder einer weniger. Basey, jetzt geht's. Vor allem Metall, also wie es aussieht. Au! Oh, oh, oh! Oh, oh! Der ist geflogen, du. Scheint genau in die Kippen. Oh, shotgun, ey. Da hinter dir! Dreiß deine Flankern! Fuck, die Entdeckung. Das brauchen wir so lange, die scheiß Munition zurückzuholen. Das war's! Ach, noch daneben, ich schieh' euch. Stammtisch. Das wird nix. Nun werde ich wohl sterben. Seit ich kann mich schnell genug heilen. Ah, ah. Tjod. So, das war's mit dem Kehlkopf. So, Leute. Sauut. Was? Was? Ich werfe die auch noch mit Molotow, sag mal. Ich seh' die des Wahnsinns. So, jetzt aber. Ich glaub mal, die Schrotflintel nachhiel. Jetzt geht's. Ciao. Sauut. Alter. Dick Hass ist. Alter Schlappe, wie sie da rumrennt. Ah ja, ist immer gut, wenn man so Mädchen hat. Alter. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, sag mal, wieviel Leute sind denn hier? Das war's jetzt aber mal so langsam, oder? Das wird es jetzt aber gewesen sein. Okay, das war's. Hat das Mädchen gerade gelacht, oder war das irgend? Als ich nicht wissen will, was es war. Ja, genau, okay, komm mal daher. Was war denn das schon wieder für ein Schuss hier? Das Blöde ist, dass ich die nicht erhorchen kann. Weil nur die Untoten die ganze Zeit sprechen Aber egal, ich würde sagen Das Ganze machen wir in der nächsten Folge Bis dahin, macht's gut und haut rein